nio el 8 nio haut ein neues modell raus und ich darf ihn heute für euch testen wir werden ihn gemeinsam auf die ho8 jagen wir gucken uns an realer verbrauch reale reichweite reale leidezeit denn der kollege der soll richtig schnell laden können wir haben hier die executive ausstattung das heißt gesamtpaket mit einer 100 kilowattstunden batterie brutto netto sind 90 kilowattstunden mit den schicken 22 zöllern zur ausstattung und so weiter kommen wir gleich schön dass du dabei bist ich würde sagen lasst uns mal loslegen man ist zu nio hingegangen hat gesagt jungs baut uns ein suv der fünf meter zehn lang ist der aber trotzdem verdammt geil aussehen soll bitte und dann hat nio gesagt bitteschön hier ist der el 86 sitze leute 75 oder auf wunsch mit 100 kilowattstunden batterie wir haben hier dieses nebula nebula green heißt diese wunderschöne farbe und ich würde ihn nur in dieser farbe nehmen ich habe auch schon heute die anderen farben gesehen aber ach das ding wird einfach so elegant gleichzeitig aber auch sportlich nicht zu übertrieben irgendwie total geil finde ich wir haben 22 zoll alufelgen drauf mit continental sommer bereifung momentan selbstverständlich 265 40 22 zoll und dann haben wir fünf meter zehn länge drei meter radstand sowie zwei meter breite die höhe 1 meter 75 abgedunkelte scheiben im hinteren bereich sowie die heckscheibe schaut mal und wir haben auch einen heckscheibenwischer was man hier jetzt nicht sieht die ist nämlich schön versteckt unter dem heckspoiler sieht man das jetzt moment ich drehe mal die kamera so da ist er schön versteckt und ich bin ja auch kein fan von heckscheibenwischer die man hier sieht an der scheibe deswegen finde ich diese lösung wirklich sehr 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 gelungen und sehr gut gemacht wie immer bin ich super gespannt auf eure meinung was sagt ihr zum design leute was haltet ihr von dem wuchtigen erscheinungsbild des el 8 ich meine ja er ist ein suv ja er ist lang er ist groß er ist breit aber er ist meiner meinung nach auch wirklich einer der schönsten seiner klasse wirklich also das ist immer subjektiv geschmack ist immer unterschiedlich aber guckt mal hier schaut mal hier also selten ein fünf meter zehn es wie gesehen der so schön ist also weder mercedes mit seinen eqe suv modellen oder eqs suv modellen noch bmw mit seinen fetten suv modellen kommt dem an eleganz und schönheit nicht ran sorry dass ich das jetzt so sagen muss der audi q6 e-tron der gefällt mir auch das muss ich auch noch sagen der gefällt mir auch der neue vor an dingen in diesem grau und s line aber darum geht es nicht heute geht es um den el 8 kommen wir mal zu den preisen also die normale version die geht bei 83.000 euro los und die exekutive version so wie wir sie hier haben kostet 88.000 euro allerdings ohne batterie bei nio kann man ja die batterie entweder dazu kaufen die 75er variante würde dann 12.000 euro kosten oder die große 100 kilowattstunden batterie noch mal 21.000 euro extra dann gehört alles euch allerdings könnt ihr dann nicht mehr swappen das ist auch wichtig zu erwähnen oder ihr sagt nee ich möchte die batterie lieber mieten dann bezahlt ihr für die kleine variante 170 euro und für die große batterie 290 euro monatlich ja ich weiß das ist teuer das ist verdammt teuer außerdem kann man die autos alle modelle bei nio auch abonnieren da ist das swappen mit drin und so weiter und so fort da bezahlt ihr keine extra miete für die batterie da ist alles im abopreis mit beinhaltet genau was sagt ihr dazu was haltet ihr davon nio hat mittlerweile 15 swap stations geplant sind über 100 noch was und die sind dabei die sind dabei leute von außen so viel ach so ja ganz wichtig zu erwähnen ganz wichtig zu erwähnen schaut mal wir haben jetzt matrix lichter hier wir haben hier diese led tagfahrlichter diese schön scharf gezeichneten leuchten und hier die led matrix lichter mit verbesserter technik verbesserte lichttechnik sozusagen der gegenverkehr wird nachts weniger geblendet die ladeklappe befindet sich hier vorne rechts und wenn man dann hier einmal drüber wicht geht sie elektrisch auf wir haben eine ac ladeleistung serienmäßig von 11 kw und die dc ladeleistung die beträgt an einer dc ladesäule bis zu 240 kw und er soll von 10 auf 80 prozent in 20 minuten laden können und zwar auch die große batterie allerdings unter der voraussetzung dass wir eine ladesäule haben die über 600 ampere gibt bei ladesäulen die mit 500 ampere gesteuert sind haben wir eine ladeleistung von bis zu 185 kw dc und da beträgt die ladezeit 24 minuten von 10 auf 80 prozent werden wir in diesem video selbstverständlich testen vielleicht waren wir zu einem supercharger v3 weil die über 600 ampere geben können und testen dass da mal schauen und zum zumachen der ladeklappe einfach hier mit dem finger drüber zack das ist ja echt elegant gelöst hier und noch mal weil sie schön war ja jetzt ist die tür abgeschlossen jetzt macht er das nicht so die kofferraumklappe öffnet natürlich elektrisch eine anhängekupplung gibt es auch dies unten versteckt fährt elektrisch raus wenn man vorne im menü den auswählt und kann bis zu 2 tonnen ziehen und wir haben 75 kilogramm stützlast für die e-bikes so wenn alle sitze hochgeklappt sind bleibt uns hier nicht viel an kofferraum übrig man könnte hier jetzt ein paar taschen hinkriegen oder vielleicht trolleys und das war's wir können aber hier rechts mit den tasten die sitze umklappen bzw die rückenlehne der dritten sitzreihe umklappen fährt auch elektrisch und hier sieht man dann auch einen anderen knopf da steht max wenn ich da jetzt einmal drauf drücke fährt die zweite sitzreihe auch elektrisch nach vorne dann hat man dann auch mehr platz passt auf ich drücke einmal drauf und die zweite sitzreihe fährt nach vorne und die rückenlehne der dritten sitzreihe fährt auch automatisch runter somit hätte man zu viert wenn es sein muss auch maximal an ladefläche zur verfügung was ich auch positiv sehe wir haben eine gerade ladefläche keine ladekante hier vorne zusätzlich hätten wir hier unten noch einen zweiten ladeboden da würde man eventuell noch ein typ 2 kabel rein bekommen eventuell ein schukoziegel oder aber auch meine mobile wallbox von m2go.de denkt bitte dran ihr bekommt zehn prozent auf alle ladelösungen außer dc mit meinem rabattcode elektro by szenen bei m2go egal ob typ 2 kabel ob eine normale wallbox auf eine mini wallbox geht rein schaut euch an spart zehn prozent mit meinem rabattcode elektro by szenen leute kann ich nur empfehlen ein frank gibt es beim el8 leider nicht ist alles zugebaut hier mit kunststoff eine riesige motorhaube aber leider kein frank sitzprobe in der dritten reihe dazu drückt man hier einmal auf diesen knopf und schon fährt der kollege nach vorne und macht uns platz zum einsteigen dann nehmen wir doch gerne mal das angebot an und steigen ein so ja gar nicht mal so schlimm wie ich dachte jetzt fahren wir den wieder zurück einmal drauf drücken und jetzt kommt er zurück füße einklappen tarek ja das geht eigentlich eine mittelarmlehne haben wir jetzt hier in der dritten reihe nicht aber kopf freiheit schaut mal ich bin ein meter wie groß bin ich ein meter 73 es ist ein langer tag gewesen heute ist egal ein meter 73 bin ich groß da komme aber nicht nicht dran ans dach noch das geht noch ja ich könnte hier so innerstädtig schon einige kilometer aushalten auf jeden fall also schaut mal hier meine knie die kommen noch nicht mal vorne an den sitz ran hier gibt es noch ein becher halter sowie ein usbc anschluss und nochmal hier eine elektrische betätigung wenn ich da drauf drücke wow kann ich meine rückenlehne noch mal verstellen elektrisch schaut mal hier etwas neigen etwas nach vorne neigen so könnte man noch wertvolle zentimeter gut machen wenn man zu 6 reisen muss aber vielleicht ein koffer nicht rein bekommt wegen zwei zentimetern könnte ich hinten ja meine rückenlehne nach vorne ziehen also für kinder und für teenager maximal geeignet für erwachsene nur als eine notlösung auf jeden fall dann gibt es hier noch für die dritte sitzreihe lüftungsdüsen was schon mal sehr wichtig ist und hilfreich auf jeden fall so sieht es aus isofix gibt es in der dritten reihe übrigens auch wir haben vorne mittlere reihe und auf der hinteren reihe isofix punkte das ist gut zu wissen für die eltern die sitze die sind natürlich elektrisch verstellbar und haben auch eine relax funktion wie das geht gucken wir uns mal gerne an einmal einsteigen eine hervorragende beinfreiheit hier muss man nicht darüber reden und die bequemsten die geilsten kopfkissen die ich jemals hatte schaut mal das ist so schön und hier gibt es auch eine relax funktion das sieht folgendermaßen aus wenn man hier moment auf diese taste einmal drückt dann fährt der fahrersitz nach vorne hier fährt jetzt eine unterschenkelauslage hoch automatisch und meine rückenlehne geht leicht nach hinten schaut mal das ist jetzt meine relax position ich hätte mir gewünscht dass die rückenlehne noch weiter nach hinten neigbar wäre aber nein das ist das maximum was geht so könnte ich zum beispiel hier während der ladepause sind zwar nur 20 minuten aber ein power power snapping genau nennt man das für zehn minuten mal die augen zu machen da könnte man hier echt schön lümmeln auf jeden fall dann gibt es aber noch eine schicke mittelarmlehne eine breite mittelarmlehne mit einer besonderen funktion nein ich rede hier nicht von den zwei becher haltern den kann man übrigens hier noch mal raus fahren zack elektrisch so dann begrüßt uns nämlich hier noch eine ladefläche zwei induktions ladeflächen die schnell laden können inklusive belüftung für die handys aber es geht noch weiter wir haben hier ein bedienbildschirm hinten wenn man da jetzt einmal drauf drückt kann man jetzt auswählen ich habe jetzt die sitzbelüftung für mich angemacht ich hätte hier jetzt noch die möglichkeit katzen tapsen mich massieren zu lassen moment oh ja also sitzbelüftung läuft massage läuft auch gerade das ist richtig geil leute das ist luxus pur wahnsinn wahnsinn wirklich dann hätte man noch die möglichkeit entspannungsmassage und so weiter heizen geht natürlich auch oder belüften was bei dem wetter sinnvoller ist wir können natürlich die klimaanlage regeln und zwar in zwei zonen hinten oder wir können uns musik auswählen wir können sagen beifahrersitz einklappen beifahrersitz zurücksetzen wir können auch sagen schaut mal hier kühlschrank öffnen was ist das wenn wir da einmal drauf drücken sagt kommt hinten nämlich ein kühlschrank raus schaut mal ich habe da nämlich zwei wasserflaschen reingezahnt und die sind schön kalt leute die ist schön beleuchtet zum zumachen einfach drauf drücken noch mal zum öffnen hier drauf tippen zack kommt es raus und jetzt kommt die besonderheit wir können nicht nur kühlen auf wunsch wir können noch sagen warm halten dann bis zu 50 grad kann man das als ja warmhalter noch nutzen als light ofen sage ich mal wenn man jetzt sich jetzt essen geholt hat unterwegs möchte es aber trotzdem zu hause schnell verzehren und nicht im auto dann legt man es da rein 50 grad sind 50 grad immerhin was mir noch besonders gefällt zum beispiel wir brauchen nur die hand hier rein zu tun und zack öffnet schon die tür du brauchst also nicht zu ziehen und natürlich gibt es auch soft close hat er schon zugezogen hand rein und schon öffnet sich die tür sehr 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 komfortabel alles die verarbeitung darüber brauchen wir wirklich nicht zu reden leute das ist alles tadellos verarbeitet 1a umgesetzt also wie das wirkt und so weiter ja einfach nur sehr hochwertig gemacht elektrisch verstellbare fahrer sitzt natürlich in allen möglichen variationen und formen beheizt belüftet massiert mit hotstone massage sogar ungelogen und das fühlt sich alles so gut an das fühlt sich alles so verdammt gut an das ist kein echtes leder aber auch recycelte materialen sind hier im einsatz sehr nachhaltiger hintergrund alles dann setze ich das ganze thema hier vorne fort das kennen wir auch vom et5 und so weiter eine breite schöne mittelkonsole mit seiner induktiven ladefläche zwei becher halter sehr aufgeräumt wenig knöpfe allerdings ganz wichtig ein head-up display gut ablesbar sowie ein zentrales fahrer display hinter dem lenkrad unser main display hier vorne auf der mittelkonsole in dieser schwebenden optik finde ich auch sehr hochwertig gemacht es fühlt sich alles auch sehr schön an auch hier die materialien am dashboard und so weiter also neo neo ist wirklich premium das ist auch so verarbeitet und das fühlt sich auch alles so an abbrechen nomi die nomi ist übrigens mittlerweile mit chat gpt ausgestattet zur software navi ladeplanung und so weiter kommen wir auch noch gleich oder später im laufe des videos ja das lenkrad kennen wir auch von den anderen neo modellen unten abgeflagt hier oben auch leicht abgeflagt mit rechts und links jeweils bedient tasten dass es hier für die assistenzsysteme zu aktivieren und einmal hier lautstärke und radio und nächster track und so weiter thema übersicht fünf meter zehn länge leute ja zwei meter breit aber trotzdem in so einem parkhaus oder park rondell lässt er sich gut bewegen und wenn ich einem hindernis jetzt wenn ich der band zu nahe komme geht automatisch hier die kamera an mit zentimeter anzeige und so weiter also das finde ich schon ziemlich gut umgesetzt das auto ist erstaunlicherweise gut wie soll ich das sagen einschätzbar habe ich das gefühl ich habe jetzt keine angst dass ich jetzt irgendwie hinten oder vorne zu nah ran komme was finde ich cool ja mit 40 prozent starten wir unseren test mit 155 kilometern geschätzten reichweite geschätzt leute nicht wltp das auto berechnet jetzt wichtige parameter wie geschwindigkeit und und wetter und so weiter und fahrmodus apropos fahrmodus ich bin im comfort modus wir haben hier einige andere einstellmöglichkeiten wie eco sport oder sport plus bei 650 ps und 860 newtonmeter muss sich der sport plus modus ja brutal anfühlen werden wir selbstverständlich ausprobieren ansonsten bin ich gespannt was für einen verbrauch wir am ende des tages haben werden mit dem schiff hier würde ich mal behaupten thema schildererkennung er liest die schilder pass die geschwindigkeit aber nicht automatisch an das müssen wir bzw können wir am lenkrad einfach nur bestätigen wenn die geschwindigkeit hoch geht er liest in das schild und sagt hier du darfst ab sofort 120 dann brauche ich hier nur oben einmal zu tippen sagt übernimmt er die 120 wenn es runter geht von 100 auf 80 dann kann ich hier einmal nach unten tippen dann übernimmt er automatisch die 80 also das auto überlässt es quasi dem fahrer erkennt die schilder und sagt hey du du darfst hier nur noch 80 fahren wenn du 80 übernehmen willst drück einmal die taste sozusagen die set bestätigungstaste quasi ansonsten wenn du zu lange überlegst und nichts machst dann musst du halt in fünfer schritten selber noch mal die geschwindigkeit anpassen was mir unheimlich positiv auffällt jetzt in den ersten kilometern auf der autobahn die geräuschdämmung das auto ist wirklich flüsterleise obwohl wir 265er schlappen drauf haben und 120 momentan fahren oder 115 trotzdem auch bei 130 kmh wird das auto wirklich sehr leise und sehr angenehm angenehme geräuschkulisse wirklich macht super super spaß hier drin zu sitzen was mir besonders gefällt bei den ganzen neo modellen dank den updates neo hört wirklich gerne zu leute ihr könnt um die waren signale auszuschalten wenn man zu schnell fährt oder so kann man hier im display einmal auf den lautsprechersymbol drücken auf das lautsprechersymbol und tempo limit warnung zack ausschalten also zwei klicks am display und sind die tempo limit warnungen abgeschaltet so abgefahren von der autobahn nehmen wir jetzt hier die landstraße und testen mal den autopiloten oder den lenkassistenten wie es heißt er nimmt die kurve hier sehr zuverlässig hält uns schön mittig in der spur wenn man jetzt hier in den außenspiegel schaut sieht man dass wir genau mittig in der spur stehen zum vordermann regelt er jetzt die geschwindigkeit sanft die werden jetzt alle langsamer hier kommt ein 70er schild das auto hat die 70 jetzt erkannt und wenn ich am lenkrad hier einmal runter drücke zack übernimmt er auch schon die 70 wobei wir sowieso die geschwindigkeit an die vordermänner hier anpassen so da vorne kommt jetzt eine enge rechtskurve und mal gucken wie er sich so verhält gerade also abstand wird immer noch sauber gehalten von dem er acht so das lenkrad ist übrigens kapazitiv es reicht wenn wir ihn einmal berühren und ich mache nichts was macht er mit der kurve das macht er sehr souverän wirklich sehr gut gefällt mir und jetzt noch die enge links kurve da vorne 70 darf man fahren wir fahren auch schön 70 jetzt hier die links kurve na komm baby da kommen wunderbar wir haben lieder sensoren und so weiter auf dem dach die ganze technik ist eingebaut verbaut im auto und die enge rechts kurve hat er auch wunderbar genommen ihr schaut mal ohne zu zucken sehr 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 sicheres fahrgefühl hier bei dem fahrzeug die assistenz systeme machen ihre sache wirklich top und noch mal eine ganz enge links kurve hier und er ist nicht er ist überhaupt nicht nervös schaukelt nicht hin und her gefällt mir nio habt ihr echt top gemacht thema rekuperation nio hat bis jetzt seit marktanführung der ganzen modellpalette 15 over the air updates geliefert die autos sind alle over the air update fähig und das kriegen die auch zum thema one pedal driving alle anderen haben das schon nur der el 8 aufgrund der homologationsgeschichte in deutschland noch nicht ganz abgeschlossen deswegen wird es aber noch nachgereicht per over the air update und davon könnt ihr ausgehen ansonsten hat man hier momentan die möglichkeit die recuperation auf neutral mittel oder stark einzustellen ich habe sie auf stark eingestellt und das macht er ziemlich gut wir fahren im comfort modus wie gesagt ich kann aber gerne mal hey nomi wechsel in den sport plus modus und da kommt das monster leute 860 newtonmeter sage ich nur und der drückt und schiebt von hinten wow ich habe das gerade zum ersten mal probiert kurvenlage er ist hoch ja er ist jetzt nicht kein ionic 5n oder so oder ein porsche taikan geschweige denn aber das ding kann spaß machen leute das ding kann echt spaß machen zum thema fahrwerk wir haben ein doppelkammer luftfahrwerk leute was genial arbeitet er schluckt die bodenwellen die schlaglöcher die fugen alles wunderbar wird glatt gebügelt hier und du denkst du bist du schwebst auf wolke 7 mit dem el 8 wirklich wirklich sehr komfortables fahrwerk und im sport plus modus fährt er dann tiefer und hat dann eine bessere kurvenlage definitiv ja macht ihr also er kann sich der situation wirklich sehr gut anpassen und poltern oder so gar gar nicht überhaupt nicht lenkverhalten sehr gut ja er man merkt ihm das gewicht an man merkt ihm die 1 meter 75 schon an er ist jetzt nicht so super knackig wie ein ionic 5n oder so der auch nicht unbedingt sehr kompakt ist aber mega halt für kurvenlage und 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 fahrdynamik gemacht ist aber hier beim el 8 der ist ja mehr auf komfort getrimmt und leute mit der ganzen familie könnt ihr nochmal wie auf wolke 7 schweben das ist echt sehr gut gelöst das fahrwerk ist ein traum zwischen ergebnis auf der hohen 8 45 kilometer autobahn und berghoch ungefähr 35 kilometer landstraße wir sind jetzt hier ungefähr 690 meter über dem meeresspiegel mit einem durchschnittsverbrauch von 25,3 kilowattstunden hört sich jetzt für die meisten viel an das ist auch nicht wenig aber denkt dran es ging ganze zeit berghoch und das ding ist kein effizienzwunder dafür ist auch nicht gebaut deswegen auch die 100 kilowattstunden batterie aber jetzt werden wir viel zurück rekuperieren indem wir die gleiche strecke wieder runterfahren und dann geht es an die solle 19 prozent zeigt die batterie an und 67 kilometer restreichweite wir müssen aber 75 kilometer fahren ich werde jetzt in der rekuperationsstufe niedrig fahren so viel wie möglich gleiten lassen um halt ja ohne laden zu müssen ohne zwischenzuladen in frechen ankommen zu können wir haben es geschafft wir sind den frechen angekommen bei der mbw ladesäule der 300 kw abgeben kann das ist übrigens unsere gute kamera ansicht wir haben wirklich alles im blick hier der supercharger hier in frechen wir haben jetzt 20 26 da war nur eine einzige säule frei das ding ist rappelvoll die sind alle am laden da mehrere model s mehrere model 3 und drei oder vier fremdlader das ist der wahnsinn leute also die supercharger kommen mittlerweile wirklich sehr gut an und weil die preise vor allen dingen um diese uhrzeit etwas günstiger sind als wie zu russia oder wie auch immer keine ahnung auf jeden fall kann ich das jetzt dort nicht testen weil vor allem dingen der nomi der nio seine ladeanschluss vorne rechts hat das heißt ich müsste sowieso zwei supercharger blockieren ging also nicht ich konnte mich auch nicht außen hinstellen schade werden wir einen anderen mal nachholen hier werden wir das trotzdem mal jetzt festhalten wir haben sieben prozent im akku 29 kilometer restreichweite und jetzt schaut mal wie sparsam so ein auto noch gefahren werden kann mit 16,9 kilowattstunden auf dem rückweg auf dem hinweg hinweg ging es ja hoch da hatten wir 25 kilowattstunden und dann zurück mit 16,9 also im schnitt könnt ihr so von 20 oder 21 kilowattstunden ausgehen für so ein schiff vollkommen in ordnung er glänzt nicht oder er will nicht der effizienteste sein er will der bequemste sein der gut ausgeteilt ausgestatteteste und so weiter und so fort und jetzt gucken wir mal wieder hier an einer mbw ladesäule performt so dann machen wir einmal diesen diese bewegung und zack geht die klappe auf auto anschließen 130 140 146 nah tut sich da noch was dann kommen 173 das sieht gut aus das sieht sehr gut aus sogar sehen wir die 180 noch mein freund wir bekommen jetzt hier 490 ampere 174,1 bei 490 ampere mal gucken das ist eine 500 ampere säule wie gesagt schade dass wir es bei den supercharger nicht ausprobieren konnten am supercharger müsste der theoretisch dann 240 kw ziehen das heißt von 10 auf 80 werdet ihr da vier bis fünf minuten schneller fertig aber so halten wir die zeit natürlich hier auch jetzt so zehn prozent wir ziehen dann gleich eine minute ab leute wir haben in eine minute von sechs auf zehn prozent hochgeladen geil vielleicht sind das auch anderthalb minuten mal gucken ja ich glaube eher anderthalb minuten wie sieht es aus während des ladens im auto wir bekommen eigentlich alle informationen die wir brauchen schaut mal wir haben 176 kw an ladeleistung mit 490 ampere sind wir am laden gerade mittlerweile 15 prozent state of charge hey nomi wie findest du elektroautos eigentlich ich denke elektroautos sind die zukunft sie sind umweltfreundlich und leise was großartig ist außerdem finde ich es toll dass sie die abhängigkeit von fossilen brennstoffen reduzieren hey nomi hallo soll ich mir einen diesel kaufen oder ein e auto naja das hängt von deinen bedürfnissen ab die autos sind umweltfreundlicher aber dieselautos haben eine längere reichweite vielleicht sprichst du am besten mit einem fachmann um die beste entscheidung zu treffen na das nenne ich doch mal eine gute antwort oder nicht nur und der fachmann steht vor euch hey nomi ja bitte wie wird das wetter am wochenende in münchen das wetter in münchen wird heiter bis wolkig mit tiefstwerten von 16 grad celsius und eine höchsttemperatur von 27 grad celsius ok hey nomi hallo öffne mein fenster ein spalt ich habe die fenster auf ein minimum herabgesetzt danke mein schatz hey nomi hallo ich möchte sitzmassage ok und schon geht's los es gibt etwas was die ladeplanung betrifft was mir sehr gefällt ihr habt jetzt die möglichkeit bei neo die ladeplanung so zu gestalten nämlich auf wunsch entweder wie ihr wollt mit ironity oder mit nbw oder wie auch immer ich zeige euch das mal kurz hey nomi navigiere mich nach münchen marienplatz nein 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 abbrechen und zwar wir gehen mal jetzt hier auf ladesäulen wir gehen hier auf filter und wir können sagen swap station unter 50 kw zwischen 50 und 150 oder ab 300 kw charger oder alles über 150 kw charger das setzen wir schon mal als filter dann können wir sagen ich möchte bei shell recharge bei ironity allego nbw eon clever fastnet und bei anderen wenn ich jetzt zum beispiel nur ironity antippe ja und auf anzeigen gehe zeigt er mir nur die ironity stationen an das können ja einige andere autos auch aber jetzt kommt wir können auch die ladeplanung so machen so gestalten lassen hey nomi navigiere mich nach münchen marienplatz 1 soll ich jetzt zu marienplatz 1 navigieren ja so sie denkt wir haben jetzt 65 prozent im akku weil wir das auch momentan haben es ist alles eingestellt seht ihr bitte sagt in navigation starten und es kann losgehen wir durch mit der navigation die routenführung beginnt jetzt also passt auf leute tatatatam die ladeplanung wurde nur mit ironity berechnet wir sollen drei mal bei ironity laden und würden dann mit acht prozent in münchen ankommen und zwar in 143 kilometern in bad camberg bei ironity dann in 190 kilometern ironity heid süd mit von 34 bis 80 laden und in 240 kilometern ironity charging 12 von 12 säulen wären sogar frei also das ist doch cool oder nicht und auf wunsch hätte sie das jetzt auch mit mbw gemacht oder nur mit aral oder nur mit fastnet das ist echt eine coole erneuerung das ist eine erleichterung für viele von uns denn ich habe zum beispiel den ironity passport dann könnte ich jetzt mit der nomi nur über ironity laden die ladeplanung so gestalten lassen oder du hast ein nbw abo oder du hast bei aral puls irgendwas abgeschlossen und das wünsche ich mir wirklich bei den anderen herstellern auch wünschenswert wäre noch supercharger tesla supercharger wir haben als option nur others also andere das wäre noch cool gerade nachdem ich gesehen habe was hier los ist bei den superchargern also von 6 auf 79 prozent in 27 minuten wenn wir eine minute abziehen dann hat er jetzt 26 minuten gebraucht von 10 auf 80 prozent just in dem moment und bei 80 prozent haben wir eine ladeleistung eine gute ladeleistung von 111 kw was sagt die ladekurve leute schaut mal durchschnittlich 154 kw und der ist hochgeschossen dann hat er so lange die ladekurve gehalten und hat nicht ist nicht eingebrochen hat noch weiter gehalten seine ladekurve sehr 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 gut ich bin wirklich sehr zufrieden mit der ladeleistung wir haben jetzt 71,3 kilowattstunden nachgeladen in 27 minuten natürlich muss man die ladeverluste noch ein bisschen mit bedenken aber das ist beachtlich da hat nio wirklich wirklich gas gegeben aber man muss ja mit einem nio natürlich nicht immer an die ladesäule fahren es gibt ja auch swap stations mittlerweile gibt es 15 swap stations deutschlandweit und 51 swap stations europaweit geplant sind noch dutzende und die sind dabei leute wir haben heute noch mal kurz geredet nix da nio wird es nächstes jahr nicht mehr geben ganz im gegenteil also die rüsten jetzt erst noch gerade richtig auf und wenn sich das durchsetzen sollte denn das swappen soll von sechs auf vier minuten reduziert werden durch neuere technik und das ist das das wird dann echt nur noch ruck zuck gehen natürlich geht das nicht mit batterien die man dann gekauft hat sondern das muss dann eine mietbatterie sein was man oder ein auto was du dann abonniert hast so sieht es aus aber nichtsdestotrotz wer laden will der ist sehr sehr schnell wieder von der säule weg du das finde ich mega lade 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 leistung im winter wir haben eine batterie vorgenutzenierung wenn du im navigationssystem automatische säule anfährst dann heißt er die batterie automatisch auf willst du nicht kein problem man kann auch im menü die batterie manuell heizen das ist auch gut ich fahre zum beispiel persönlich bin ich jemand der immer ohne ladeplanung fährt also suche ich mir immer entlang des navigationssystem die nächste ladesäule und heize dann automatisch selber vor entweder manuell selber vor oder das auto macht es also kein thema ladeleistung auch im winter gegeben mit dem nio el 8 kommen wir zu einem fazit gibt es was zu meckern ich habe zwei punkte zu meckern punkt 1 immer noch kein android auto oder apple carplay es ist spotify integriert man kann sein handy über bluetooth verbinden punkt nummer zwei wir haben keinen frank ansonsten ist das auto perfekt das auto ist perfekt als sechssitzer er ist groß er ist lang aber er sieht verdammt gut aus finde ich natürlich ist das subjektiv meine meinung das ist geschmackssache aber wenn mir jetzt einer kommt und sagt er sieht potthässlich aus dann tut mir leid leute das kann ich nicht glauben das ding fährt sich einwandfrei super komfortables auto sieht verdammt gut aus hat leistung hat power und kann wie ich es heute gezeigt habe sehr effizient gefahren werden natürlich kann man den auch mit 30 32 kilowattstunden pro net kilometer fahren wenn man noch schneller unterwegs ist auf der autobahn natürlich aber reale reichweiten von über 400 kilometern sind mit diesem auto auf jeden fall drin so als sechssitzer schiebedach leute was sich auch öffnet dann die ganzen relax funktionen von den sitzen massage hot stone und alles was du hammer geile soundanlage habe ich ausprobiert ja fahreigenschaften luftfahrwerk ein traum led matrix scheinwerfer dann head-up display gibt es mittlerweile und und keine ahnung also läuft alles die software ist stabil die nomi kann chat gpt ich habe es ja versucht euch etwas vorzuführen und ihr habt camping modus ihr habt haustier modus ihr habt michael modus hans modus ali modus hassan modus alles was ihr wollt also die software ist stabil das ding sieht verdammt gut aus ich habe sonst nichts zu meckern bei dem fahrzeug wirklich nicht er sieht auch sehr schick aus ich finde die farbe wunderschön mit den abgedunkelten scheiben die ladeleistung ist perfekt nicht ganz aber schon gut doch ich wünschte wir hätten das hier an einer normalen säule geschafft mit den 240 kw aber von 10 auf 80 prozent in 26 minuten für den riesen akku kann sich sehen lassen kann sich auf jeden fall sehen lassen so und jetzt sage ich bevor die sonne gleich ganz untergegangen ist herzlichen dank fürs zuschauen falls ich irgendwas vergessen haben sollte oder falls ich einen fehler gemacht haben sollte verzeiht mir aber ihr dürft mich gerne korrekt was korrigieren in den kommentaren ich hoffe wir sehen uns dann im nächsten video damit du aber das nächste video nicht verpassen solltest du was machen den kanal abonnieren bis dann